In diesem Video schreiben wir ein Programm, um Primzahlen zu finden. Primzahlen finden klingt vielleicht etwas komplex, aber ihr könnt das tatsächlich bereits tun, wenn ihr die Videoserie bis hierhin gesehen habt. Dann verfügt ihr nämlich bereits über das Wissen, um dieses Programm zu schreiben. Mit Programm meine ich einfach nur eine oder mehrere Funktionen, die diese Aufgabe erledigen. Heraus kommen soll eine Funktion, der man eine Zahl übergibt und diese Funktion findet alle Primzahlen zwischen 0 und dieser Zahl. Probiert diese Funktion selbst zu schreiben, pausiert dafür dieses Video. Ansonsten gilt, wenn ich das jetzt gleich erkläre, pausiert das Video zu jeder Zeit, sobald ihr irgendwie eine Idee bekommt, ah, so geht das, nehmt das als Gelegenheit und verfolgt eure eigenen Ideen, probiert es dann selbst aus, denn nur dadurch sammelt ihr Erfahrung. Legen wir also los. Öffnet wieder eure Konsole. Primzahlen, wenn ihr das nicht mehr wisst, sind Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind. Es geht also um Teiler, also um Zahlen, durch die eine andere Zahl teilbar ist. Also, nehmen wir zum Beispiel die Zahl 9. Die ist wie jede andere Zahl auch durch sich selbst teilbar, also ist 9 ein Teiler von 9. Aber die 9 ist auch teilbar durch 3. Und wie jede andere Zahl auch, ist auch die 9 teilbar durch 1. 10 ist teilbar durch sich selbst, durch 10, aber auch durch 5 und durch 2 und schließlich durch 1. Wenn wir noch 1 draufgehen und zu 11 kommen, dann haben wir ein anderes Bild. 11 ist, wie jede andere Zahl auch, durch sich selbst teilbar, aber ansonsten nur durch 1. Das heißt, 11 ist eine Primzahl. Was wir somit brauchen, ist eine Möglichkeit herauszufinden, welche Teiler eine Zahl hat. Das heißt, ich schreibe jetzt mal eine Funktion, die ich findFactors nenne, also findet die Teiler. Und dieser Funktion kann man eine Zahl übergeben, die ich hier Number nenne, also mit nr abkürze. Diese Funktion soll ein Result Array, also ich mache hier eine Variable namens res für Result, also Ergebnis, und setze die auf ein leeres Array. Und diese Funktion soll dieses Array füllen und anschließend zurückgeben. In dem Array sollen dann natürlich anschließend die Teiler drinstehen, also die Teiler der übergebenen Zahl. Wie macht man das? Auch hier gilt wieder, pausiert das Video und überlegt mal selbst. Ansonsten zeige ich das jetzt. Um herauszufinden, welche Zahlen Teiler von Number sind, müssen wir Zahl für Zahl abgehen und bei jeder Zahl gucken, ob sie ein Teiler von Number ist. Das heißt, ihr hört hier schon, wir müssen hier eine Überprüfung durchführen und das immer und immer wieder, das ruft nach einer Schleife. Ich nehme jetzt mal die For-Schleife, aber ihr könnt natürlich auch eine andere Schleife nehmen. In dieser For-Schleife definiere ich eine Variable i, die ich auf 1 setze diesmal und diese Variable zähle ich hoch, bis sie Number erreicht hat. Das heißt, ich führe diese Schleife aus, solange i kleiner oder gleich Number ist. Wir gehen jetzt also mit dieser Schleife Zahl für Zahl ab. i ist von 1 bis Number einmal jede Zahl. Wir fangen übrigens hier bei 1 an zu zählen und nicht bei 0, weil 0 kein Teiler sein kann. Man kann nicht durch 0 teilen, deswegen direkt bei 1. Aber was muss ich jetzt hier an dieser Stelle tun? Ich muss für jede Zahl überprüfen, ob Number durch sie teilbar ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Zahl ein Teiler von Number und muss dem ResultArray hinzugefügt werden. Wie mache ich das? Ich gucke, ob Number modulo i, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den Modulo-Operator, 0 ergibt. Alternativ, das hatte ich auch mal gezeigt, können wir auch das Ganze in Klammern setzen und mit einem Ausrufezeichen davor negieren. Das führt zum selben Ergebnis. Wenn Number modulo i, 0 ergibt, heißt es, dass Number durch i teilbar ist. Und wenn hier 0 steht, wird das durch dieses Ausrufezeichen negiert und zu einem Bullschen true. Wenn hier true drin steht, wird der Code ausgeführt, der zwischen den geschweiften Klammern steht. Und was machen wir hier? Wir fügen i dem ResultArray hinzu. Wie geht das? Auch das hatten wir schon öfter mal. Wir können einfach res und dann in eckigen Klammern res.length schreiben. Dann erreichen wir nämlich immer das Ende des Arrays und das setzen wir auf i. Jetzt gibt es noch eine Sache. Hier sind zweimal Variablen-Deklarationen, das kann man machen, aber ich hatte euch im letzten Video gezeigt, dass ihr auch ein var-Statement nehmen könnt und da gleich mehrere Variablen mit definieren könnt und deswegen füge ich das zusammen, sodass wir nur noch eins haben. Definieren wir mal die Funktion und probieren das aus. Ich übergebe mal die Zahl 9 und tatsächlich 1, 3 und 9 sind die Teile von der Zahl 9. Als nächstes probiere ich es mit der Zahl 10 und auch hier 1, 2, 5 und 10 sind die Teile von 10. Und jetzt probiere ich 11 und weil 11 eine Primzahl ist, sind nur 1 und 11 die Teile von 11. Jetzt möchte ich darauf aufbauend eine weitere Funktion schreiben, die ich isPrime nenne. Das ist Englisch für isPrimeZahl. Dieser Funktion kann man auch eine Number übergeben, also eine Zahl und die überprüft, ob diese Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Auch hier denkt mal wieder erstmal selbst nach, wie das funktionieren könnte. Pausiert dieses Video, ansonsten zeige ich es euch jetzt. Wir haben jetzt bereits die Funktion, um herauszufinden, welche Teile eine Zahl hat. Das können wir erstmal verwenden und ich mache eine Variable, die ich Factors nenne und der weise ich das Ergebnis von findFactors mit dem Parameter Number zu. Was wir überprüfen müssen, ist, ob die Länge von Factors, also das hier ist jetzt ein Array, und dieses Array hat nur zwei Elemente, wenn eine Primzahl hier übergeben wurde. Denn, wie gesagt, eine Primzahl ist nur durch 1 und sich selbst teilbar, d.h. die Funktion findFactors liefert im Fall von Primzahlen immer ein Array mit nur zwei Elementen zurück. Diese Feststellung können wir nutzen und gucken, ob FactorsLength 2 ist, denn dann können wir true zurückgeben und ansonsten geben wir false zurück. Probieren wir das mal. Ich rufe die Funktion isPrime mal mit 11 auf und die Funktion gibt true zurück, also 11 ist eine Primzahl. Wenn ich der Funktion jetzt 10 übergebe, kommt false zurück, denn 10 ist keine Primzahl. D.h. die Funktion isPrime funktioniert jetzt. Allerdings möchte ich euch hierbei was zeigen, wenn ihr so ein Konstrukt habt, könnt ihr das immer vereinfachen. Denn das, was hier in der if-Bedingung steht, ist immer bereits ein boolscher Ausdruck. Statt dass ihr also guckt, ob etwas true oder false ist und dann true oder false zurückgebt, könnt ihr auch direkt diese Bedingung bzw. das Ergebnis dieses Vergleichs zurückgeben. IsFactorsLength 2 ergibt true oder false und das wird dann zurückgegeben. Probieren wir das mal aus, mit denselben Zahlen, zuerst mal 10. 10 ist keine Primzahl, also gibt es wieder false zurück. Und jetzt mal 11. Und bei 11 kommt true zurück. Und selbst jetzt können wir die Funktion isPrime sogar noch weiter vereinfachen. Wir nehmen hier das Ergebnis der Funktion findFactors und weisen das einer Variable hinzu, aber diese Variable verwenden wir nur ein einziges Mal. Das heißt, eigentlich brauchen wir das gar nicht erst einer Variable hinzuweisen, sondern können das direkt so machen, findFactorsNumber.length. Wir wissen, es kommt immer ein Array zurück, das heißt, wir können hier immer auf die Länge des Arrays zugreifen und können diese dann vergleichen und gucken, ob sie 2 ergibt. Probieren wir das mal. IsPrime11 true? IsPrime10 false? Das Tolle ist, dass wir jetzt diese Funktion isPrime in nur einer einzigen Zeile geschrieben haben. Jetzt sind wir also soweit zu überprüfen, ob eine Zahl eine Primzahl ist oder nicht. Das Endziel in diesem Video ist, eine Funktion zu schreiben, die alle Primzahlen von 0 bis zu einer übergebenen Zahl ausgibt. Und wir sind jetzt soweit, diese Funktion zu schreiben. Ich schreibe sie mal und nenne sie findPrimes. Und dieser Funktion findPrimes kann man eine Zahl, eine Number übergeben, die die Obergrenze darstellt, bis wohin dann die Primzahlen gefunden werden sollen. Was kommt jetzt in diese Funktion hinein? Denkt auch hier einmal wieder erst selbst nach. Diese Funktion ist nämlich in der Verhaltensweise ziemlich ähnlich zu einer anderen Funktion, die wir in diesem Video hier bereits geschrieben haben. Und da wir nur zwei Funktionen bisher geschrieben haben, ist es nicht so schwer herauszufinden, welche das ist. Pausiert also das Video oder guckt jetzt weiter, um zu erfahren, wie das geht. Die Funktion, die ich meine, ist natürlich diese FindFactors-Funktion. Die heißt ja auch schon ähnlich. Und was wir bei der FindFactors-Funktion machen, ist, wir gehen von 1 bis zur Number durch und gucken, ob Zahlen in dieser Zahlenspanne Teile von dieser Number sind. Jetzt machen wir was sehr ähnliches, deswegen fange ich auch hier wieder mit einer Vorschleife an und sage var i gleich 1 und erstelle auch ein ResultArray. Was wir hier nämlich machen, ist, dass wir einfach die Zahlen abgehen und gucken, ob das eine Primzahl ist. Das heißt, Zahl für Zahl gehen wir jetzt von 1 bis hin zu Number und fragen dann ab, ist die Zahl i eine Primzahl? Und wenn dem so ist, dann soll das diesem ResultArray hinzugefügt werden. Dann geben wir nur noch dieses ResultArray zurück und voila, wir haben die Funktion geschrieben. Probieren wir die einmal aus. FindPrimes von 1 bis 10 und die Funktion gibt aus 2, 3, 5 und 7. Und das sind tatsächlich die Primzahlen zwischen 1 und 10. Wir haben uns jetzt also ein Programm geschrieben, das uns eine Liste der Primzahlen zurückgibt bis hin zu einer Obergrenze, die wir übergeben. Wenn ich hier 100 eingebe, bekommen wir hier zum Beispiel alle Primzahlen von 1 bis 100. Ich kann dasselbe auch mit 1000 machen und da sehen wir schon, das Ergebnis ist so lang, dass der Browser das gar nicht mehr hier in so einer Liste ausspuckt, sondern er gibt mir die Möglichkeit, immer jeweils 100 Elemente dieser Liste mir anzusehen, ansonsten wäre das zu viel. Und ich könnte jetzt auch zu 10.000 gehen und dann sehen wir, hier sind 1229 Primzahlen zwischen 1 und 10.000. Und wenn ich jetzt 100.000 mache, dann braucht der Computer schon eine Weile und irgendwann kommt dann das Ergebnis mit 9592 Primzahlen. Aber das hat nun wirklich ziemlich lange gedauert, deswegen habe ich eine Idee und zwar möchte ich, dass wir hier einen optionalen zweiten Parameter übergeben können, und zwar from. und dann werden nämlich die Zahlen von from bis hin zu number herausgesucht, also die Primzahlen von from bis number. Wenn from nicht übergeben wird oder wenn es ein falscher Parameter ist, zum Beispiel keine Zahl, dann soll from auf 1 gesetzt werden. Probieren wir jetzt nochmal denselben Funktionsaufruf, allerdings nicht von 1 bis 100.000, sondern von 99.000 bis 100.000. Das ging schon erheblich schneller und wir haben hier sogar eine viel überschaubarere Liste. Jetzt habt ihr also mit dem Wissen, das ihr bisher in dieser Videoserie gelernt habt, tatsächlich es geschafft, ein Programm zu schreiben, das Primzahlen findet. Im nächsten Video geht es weiter mit den Übungen, da werden wir ein String an verschiedenen Trennpunkten in ein Array aufspalten. Das ist dann genau das Gegenteil von dem, was die Join-Funktion gemacht hat, die ein Array zu einem String zusammengefügt hat. Und auch das könnt ihr bereits jetzt machen mit eurem Wissen. Probiert es also jetzt schon mal aus und dann könnt ihr das Video ansehen, klickt dazu hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran! 3 1 2 2 6 5